42 Ja, 12 Nein, 4 Enthaltungen, damit so beschlossen. Damit setzen wir jetzt mit Tagesordnungspunkt 25 fort. Und es ist ein interfraktioneller Antrag, der jetzt uns eingebracht werden kann. Und wir würden in der Fraktionsrunde mit der AfD-Fraktion starten. Also, Einbringung, Frau Sturm, bitte. Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream und der Rest von der Tribüne. Ein interfraktioneller Antrag der SPD, der Grünen und der Partei Die Linke, in der wir uns mit dem Thema Stadtmöbelierung ganz gern in den Ausschüssen Wirtschaftsförderung und Stadtbau und Entwicklung beschäftigen müssen. Und zwar haben uns hierzu im Wesentlichen folgende Punkte bewegt. Zum einen sind die Verträge ja vor zwei Jahren, glaube ich, gekündigt worden. Und wir schreiben jetzt neu zum 01.01.2022 aus. Und uns bewegt einfach das Thema, dass wir uns hier in einem Oligopolmarkt befinden und auch relativ schwierige Voraussetzungen für alle drei Wettbewerber haben, die es im Prinzip an dem Markt gibt. Nämlich die Tatsache, dass dem aktuellen Bieter zum Beispiel alle 800 Haltestellen gehören. Wir gehen davon aus, dass dies zum einen ein ganz besonderer Wettbewerbsvorteil ist und fließen zum Beispiel nicht aus, hier in irgendeiner Form tätig zu werden als Stadt. Ein zweiter Punkt, was uns beschäftigt, ist die Frage, wie verändert sich in den kommenden 10 bis 20 Jahren, auch bedingt durch die Digitalisierung der Haltestellen, der lokale Medienmarkt. Wir möchten hier ganz gern sicherstellen, dass auch die lokalen Medien aus Dresden in einer geeigneten Art und Weise mit eingebunden sind. Und ein weiteres Thema, das haben wir übrigens immer im Wirtschaftsförderungsausschuss, das Thema, nämlich Konzessionsabgaben. Brauchen wir uns alle nichts vormachen im Raum. Wir wissen es, wir haben es mehrfach schon in diesem Jahr gehört, auf verschiedenen Veranstaltungen oder Empfängen, die Einnahmen der Stadt werden langfristig zurückgehen. Und uns geht es darum, wie einfach in jedem anderen Konzessionsverfahren, seien es Märkte oder andere Sachen, dort einen Finger mit drauf zu haben. Ich möchte Sie um Unterstützung dieses Antrages bitten. Es ist zum Schluss auch nur eine Einbindung von den Stadträten in eine wegweisende Entscheidung für die nächsten 10 bis 20 Jahre und bitte Sie hiermit um Zustimmung. Dankeschön. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wird AfD das Wort gewünscht? Nein? Herr Linke, Herr Kießling. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns diesem Antrag sehr gern angeschlossen, weil das Ergebnis der Veränderung in diesem Bereich wird ja die Lebenswirklichkeit der Dresden und Dresdner, zumindest die optische Lebenswirklichkeit, auf viele Jahre bestimmen. Und dort sollte man als Stadträt schon sehr genau drauf schauen. Und es hat in der Fraktion auch bewegt, dass wir hoffen, über die Mitarbeit am Ausschreibungstext vielleicht auch die Richtung von Werbung ein bisschen beeinflussen zu können. Sie erinnern sich, wir haben interessante Debatten geführt über militaristische Werbung oder über sexistische Werbung. Vielleicht gibt es auch Gelegenheiten, dort etwas einzugreifen. Selbstverständlich reden wir darüber, welchen Vorteil die Stadt haben soll, davon, dass sie große öffentliche Flächen für Werbung bereitstellt. Und ich denke, für mich ist auch wichtig, dass wir noch einmal genau überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, angesichts zurückgehender Einnahmen im Gesamtkonzern statt. Der Oberbürgermeister hat ja an verschiedenen Stellen darüber berichtet, den Gedanken zu prüfen, ob denn diese gesamtwirtschaftliche Tätigkeit im Werbebereich nicht doch irgendwo einer städtischen Tochter gegeben werden kann. Wir sind da im Moment offen, überlegen da sehr viel, freuen uns, dass der Ausschussbericht mit 16 zu 0 so eine große Mehrheit gefunden hat und wollen dann schauen, wie man inhaltlich die Sache voranbringt. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein, Freie Wähler das Wort gewünscht? Sieht auch nicht so aus. Dann Bündnis 90 Grün, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträder, sehr geehrte Damen und Herren im Saal und an den Live-Streamgeräten. Das Thema hat 1991 damals in dieser Stadt begonnen, als die damaligen Stadtwerbeverträge noch mit Walmart geschlossen wurden. Seitdem bestehen diese Stadtwerbeverträge nämlich. Das sind jetzt fast 30 Jahre. Und der damalige Mitarbeiter der Stadtverwaltung hat ja dann sogar die Seite gewechselt, nachdem die Verträge abgeschlossen waren und ist dann bei Streuer Regionalgebietseile geworden. Das fängt mal so einen kleinen Blick in die Historie. Wir hatten eigentlich 2011 damals dann schon mal die Chance gehabt, diese Stadtwerbeverträge hier in dieser Stadt neu zu gestalten. Es gab damals sehr, sehr gute Vorschläge seitens der Verwaltung. Mit dieser Ausschreibung damals dann sollte Werbe finanziert, nämlich dann genau das sein, dass wir ein stadtweites Fahrradausgleichsystem dafür installieren in Dresden, dass wir weiterhin öffentliche Toiletten im Stadtgebiet dafür bekommen und dass vor allen Dingen dann auch gleichzeitig an den ÖPNV-Haltestellen der DVB, die fehlenden Fahrgastunterstände, sprich Haltestellenhäuschen, auch gleich nochmal mit ergänzt werden. Es sind immerhin 200 Stück, die uns da fehlen. Wer sich da ein Stück weit daran erinnern kann, die damalige Bürgerfraktion hat einen sehr, sehr unglücklichen Antrag damals gestellt, der letzten Endes diese Werbeverträge, die bereits gekündigt gewesen sind, damals dann wieder zurückgeholt hat und diese Kündigung sozusagen dann zurückgenommen werden musste. Das ist leider der Fall dann. Aus dem Grunde möchten wir hier jetzt endlich die Gelegenheit genutzen dann, dass wir a in diese Ausschreibung mit reinkommen, dass wir b natürlich dann genau schauen, welche Leistungen soll der neue Werbeträger dann für die Stadt erbringen. Da kann man sich sicherlich nochmal über diese Fahrgastunterstände an den Haltestellen nochmal trefflich mit unterhalten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dann, weil das ist wirklich auch eine Verbesserung und eine Attraktivität dann für den ÖPNV in der Stadt, dass wir einen Link mit drin haben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch überlegen, welches Kontingent bekommt die Stadt, um ihre eigenen Veranstaltungen selber auch zu bewerben. Das ist in der Vergangenheit nur mäßig genutzt oder mäßig möglich gewesen. Die Nutzung eigentlich war man sozusagen heiß umkämpft. Wir wissen dann, dass die DMG gerne mehr gemacht hätte dann, dass wir als Stadt in unseren städtischen Einrichtungen, Kultureinrichtungen gerne mehr für unsere eigenen Veranstaltungen geworben haben. All das möchten wir sozusagen auch als Stadtrat an dieser Stelle mit politisch begleiten. Und vielleicht ist ja auch die Möglichkeit, ein geordnetes Fahrrad-Ausleih-System zu bekommen, einfach nur mal so als Gedanken dann, das ist jetzt noch nicht festzuschreiben. Gleichzeitig gibt es mittlerweile auch durchaus die Möglichkeit, dass man auch tagesaktuell Werbetafeln dann einrichten kann und nutzen kann, um auf aktuelle, wirklich tagesaktuelle Dinge nochmal zu reagieren, auch dann in der Bevölkerung, in der Stadtgesellschaft zu informieren. Auch so etwas wäre möglich. Wir könnten uns auch vorstellen, dass man zum Beispiel Umweltdaten erhebt, in dem man sozusagen Messeinrichtungen an diesen einzelnen Werbetafeln dann, die dann neu zu installieren sind, letzten Endes mit einrichtet. Man kann auch letzten Endes über ein Verkehrsleitsystem. Also es gibt sozusagen mittlerweile ja Möglichkeiten ohne Ende. Das wollen wir gerne beschließen oder mit diskutieren hier in dieser Stadt. Und letzten Endes genau aus diesen Gründen dann wollen wir hier auch, bevor eine Ausschreibung veröffentlicht wird, diesen Ausschreibungstext mit begleiten. Aus dem Grunde bitten wir auch gerne um die Zustimmung zu diesem interfraktionellen Antrag. Zu Inhalten dann aus der Vergangenheit möchten wir auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass auch die Gleichstellungsbeauftragte Frau Winkler sich damals dahingehend auch geäußert hat, dass man eben auch in diese Werbeverträge mit Inhalten reingeht, die zum Beispiel dann den Ausschluss von sexistischer Werbung mit beinhaltet, dann auch extrem abstohnte oder ausländerfeindliche Werbung in Dresden im Stadtgebiet nicht ausge... Es wurde nur bisher in diesen jetzigen Verträgen sozusagen nur sehr unklar und sehr undeutlich beschrieben. Dann wir haben hier nochmal eine Stellungnahme von 2011 zu diesen Werbeverträgen, die damals ausgeschrieben werden sollen. Und auch genaues darauf ist nochmal hingewiesen worden. Aus dem Grunde bitte um Zustimmung und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die CDU-Fraktion, Herr Karten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wir wollen uns gern die Verträge und das Ausschreibungsverfahren im Vorfeld vorlegen lassen und wir wollen gemeinsam mit Ihnen allen über die Inhalte sprechen. Wenn ich mir den Antrag anschaue, fehlt mir aber ein bisschen die Zielrichtung, insbesondere bei der Begründung. Dort möchte ich einige Punkte ansprechen, die mir persönlich dort missfallen. Zum einen führen sie auf, dass dieses Verfahren besonders korruptionsanfällig sei. Ich finde das ehrlich gesagt nicht gut, weil es eigentlich eine Zielrichtung hat, wo das Thema nicht hingehört. Insbesondere in unserer Verwaltung erkenne ich keinerlei besondere Korruptionsanfälligkeit und wir können uns auch im Ausschuss für Wirtschaftsförderung regelmäßig davon überzeugen, dass das Vergabeverfahren sauber laufen. Insofern bedarf es hier aus meiner Sicht keiner Unsicherheit im Vorfeld oder dieser Bemerkung. Ich finde es einfach überflüssig an dieser Stelle. Auch wir sind für Transparenz und wenn wir das Verfahren so wählen, werden wir die bekommen und wir werden auch im Nachgang im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, wenn es um die Zuschlagserteilung geht, alle Möglichkeiten haben, uns über das Verfahren zu informieren. Und auch die Bieter haben natürlich im EU-Verfahren die Möglichkeit, das Ergebnis überprüfen zu lassen. Denn oberhalb der EU-Schwellenwerte existiert für die Bieter bei öffentlicher Vergaberechtsschutz. Es gibt die Möglichkeit, im Rahmen des Nachprüfungsverfahren das Vergabeverfahren überprüfen zu lassen und wir befinden uns dort im Bereich oberhalb der EU-Schwelle, wenn wir das ganze Verfahren ausschreiben. Insofern habe ich da erstmal gar keinen Zweifel. Das Zweite, was mich in der Begründung stört, ist der Verweis auf den Fall Leipzig. Der Fall Leipzig ist genau ein Beispiel, wie ein Bieter seinen Rechtsschutz wahrnimmt, indem im Vergabeverfahren bei der Stadt Leipzig im Jahr 2018 der ein unterlegener Bieter tatsächlich ein Nachprüfungsverfahren angestrebt hat, was ihm zusteht. Und das hat das Verfahren verzögert. Das ist ärgerlich, aber es steht ihm zu. Und insofern ist es nicht zu bemängeln, sondern man muss mit diesen Regeln umgehen und dann ist es so. Und er hat sich eben nicht nur bei der Vergabekammer zunächst mal bestätigen lassen, dass die Stadt Leipzig das Vergabeverfahren sauber und ordentlich hat durchgeführt, sondern er ist dann nochmal eine Instanz weitergegangen, indem er den Vergabesenat des OLG Dresden angerufen hat und dort erneut eine Überprüfung stattgefunden hat. Und das OLG Dresden hat dann im Februar 2019 festgestellt, dass die Stadt Leipzig das Vergabeverfahren korrekt durchgeführt hat. Das ist zwar aus Sicht der Stadt Leipzig ärgerlich, aber für den unterlegenen Bieter sein gutes Recht. Und damit muss man am Ende leben. Auch aus diesem Verfahren heraus kann ich weder erkennen, dass diese Vergabeverfahren besonders korruptionsanfällig seien, noch dass es da größere Problemlagen gibt, sondern wir brauchen ein Vergabeverfahren, was vernünftig läuft und das wird es auch. Insofern freue ich mich auf die Diskussion im Ausschuss. Unsere Fraktion geht es letzten Endes darum, einen Bieter zu finden, der mit einer hohen Qualität, einem guten Design und Ideen auch für die Zukunft hier überzeugen kann. Und was für uns zählt, ist ein vernünftiges Leistungsverzeichnis. Das sind vernünftige Eignungskriterien zum Bieter und es sind vernünftige Wertungskriterien, die am Ende ein Wettbewerbsverfahren schaffen, wo wir tatsächlich den wirtschaftlichsten Bieter finden, der uns dann über viele, viele Jahre in unserer Stadt hoffentlich eine gute Stadtmöblierung bieten kann. Und mit der vorgeschalteten Transparenz, glaube ich, werden wir das auch erreichen. Wir stimmen dem Antrag auf jeden Fall zu. So, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Schlusswortes Einreicher sieht auch nicht so aus. Damit können wir abstimmen. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. 68 Ja, stimmt. Keine Nein, keine Enthaltung. Damit wird er so beschlossen. Zum Beispiel.